Normalerweise finden wir solche blöden Städtabgängen nur eigentlich nicht so rum. Ja, aber das hat sich nicht richtig. Oder was? Ja, das hat sich nicht. Was haben wir da für einen Hunde abgezogen? Warte mal, warte jetzt mit Natja Wegner ist ein Hunde, Startnummer 108. Das war nicht zu schön. Das war nicht zu schön. Ich bin jetzt gelaufen, wenn ich sie die ganze Zeit im Auge habe. Ach, Patent! Ach, Patent!